so was haben wir denn dann noch die fähigkeiten erlernen ja das haben wir ja gerade eben gemacht aus bergungsmissionen halt hallo hallo wir haben eine atemmaske auf wir können hier nicht leben weil das hier ein bisschen verseucht ist ich kämpfe jetzt alleine das ist das weil bei dem anderen war ich nämlich gestern ich habe das gestern mal gespielt gehabt ganz leicht mal kurz angetestet da war ich dann mit mehr leuten unterwegs auch nicht schlecht möglich spiele beginnen würde ich mal sagen warum leuchtet das heißen und wie bau ich das ab wird aufheben Ah, da können wir Rohstoffe, so können wir Rohstoffe sammeln. So, wir nehmen alles mit. Wird wahrscheinlich auch jeder. Oh, da ist eine rote Zone. Okay. Wir haben noch drei Minuten. Na, rushen wir mal rüber jetzt. Uiui. Ne, ich glaube, wir rushen mal nicht so rüber. Da hinten ist nämlich einer von den Gesellen. Und wir gucken einfach mal, was ist das da? Aha. Punkte. Geil. Das ist einfach mal so die Sammelschlampe sozusagen. Also ich darf das ja sagen, weil ich mich ja damit gemeint habe. Ah, da steht ja einer. Oh, geil. Da kommt wieder einer. Gott sei Dank sind die blöd und taub. Ist das nicht so klar Dingens, wo Snake dann irgendwo... ist da jemand drin? Geil, wir haben Autoreifen bekommen. Geil, geil. Oh, oh. Alter, ist da doch still. Das wäre mal nice, wenn wir mal einen Schalldämpfer hätten. Alter, wie laut, weißt du? Wir müssen hier aufpassen auf jedes Geräusch, weil die Viecher hier in der Nähe sind. Ja, nee, wir machen einfach mal ein bisschen Krach, so würde ich mal sagen, ja? Wie viel kommen wir dann eigentlich mitnehmen? Wir nehmen einfach mal alles, alles mit, was wir nehmen, alles, alles. Wir räumen hier die ganze Bude leer. Wir haben wahrscheinlich Angst, was das Zeug hält, weil die Viecher uns wahrscheinlich gerade umzingeln. Vielleicht noch ein bisschen lauter, würde ich sagen. Geil. Das war wahrscheinlich die Unterkunft von Denne. Die wollten sich da wahrscheinlich irgendwas craften. Und wir haben nichts anderes vor, als Denne einfach die Wohnung leer zu holen. So. Da ist auch nochmal einer von den Gesellen. Und da haben wir nochmal... Punktegeier. Geil, geil, geil. So. Aha. Was ist mit dem jetzt? Fuck, das sind zwei. Wie war denn ducken? Ah, Kreis. Kann der mal weggehen? Ich weiß nicht, was jetzt gleich passiert. Oh, oh. Ein Wurmlochbagger? Oh, 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 oh. Muss ich den zerstören oder verteidigen? Die Ladung des Wurmlochs. Die Ladung des Wurmlochs. Also, hört sich ein bisschen ein bisschen krank an. Hey! Meins! Hat den Baller da schon drauf, Alter? Das geht voll ab hier. Ich hab gewonnen. Taktische Unterstützung. Oh, ich hab keine Punktkräfe dafür. Rück zu. Nein, ich bleib noch. Rung nähert sich. Dann lass sie mal kommen. Lass sie mal kommen. Ui, okay, lass doch nicht. Alter, was? Oh, scheiße. Okay, wir kämpfen im Nacken. Komm her! Geil, geil! Los geht's! Abgehen die Action! Hahaha! Stirb einfach. Stirb. Komm, nur noch du und ich. Ja, du hast ein Feuer gefangen. Ist ja langweilig. Wir haben noch 13 Sekunden. Alter, was ist denn mit dir los? Hau ab! Hau ab, Tix! Oh, fuck! Ja! Ja! Äh, aktuelle Welle. Eins von drei. Oh, haben wir noch Munition? Ich hätte gern noch ein bisschen Munition. Cool. Ich hab keine... Munition mehr. Leben füllt sich automatisch mit auf. Das ist jetzt unter unserem Namen. Bei 1900. Jetzt haben wir 2000. Ah, okay. Bis zur nächsten Welle haben wir jetzt noch zwei Minuten. Das heißt, wir könnten jetzt Ressourcen suchen. Oder irgendwie... Frage ist, ob wir jetzt nicht zurück zur Basis sollen. OI! Ach, komm, mit dir werde ich auch zufrieden. Äh... Okay. Oder auch nicht. Ähm... Kommst du, oder soll ich? Komm schon! Komm, 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 hier bin ich. Komm. Bist du so blöd und läufst dir durchs Feuer? Nein. Komm. Alter, warte. Ehrlich jetzt. Alter, das ist wirklich ein Overpower, einfach. Warum wohl? Weil hier Wasser ist. Du hast mich genauso auf. Okay, also der Speer ist. Ja, es geht. Okay, wir kriegen Erfahrungspunkte. Wir brauchen auch Leben. Leben war... Nein. Leben war... Nein. Leben war hier. Wir fühlen uns. Gut. Wir fühlen uns besser. Nachdem wir jetzt die Gegend voll geschrien haben. Nein. Nein, 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 nein. Ey, wir meinten, ich kann mal keine Monitor nachhalten. Die Welle beginnt und wir müssen unser Ding verteidigen. Wir looten hier einfach mal, was das Zeug hält. Alles mitnehmen. Alles kann man brauchen. Oh, nervig. Okay, wir haben wieder Besuch. Bomber? Und ich habe keine Muni mehr für meine Waffe. Äh, hallo? Was ist mit euch falsch? Eiei. Okay, es ist ein Bomber. Ich glaube, wir hauen nicht ein. Rückflug, Anforder. Ja, tschüss. 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 Wir haben Punkte gemacht. Wir haben das letztlich gleich kennengelernt. Und wir ziehen uns zurück. Hoffentlich. Alleine ist es ja nice, aber ich glaube, das Mert macht es natürlich viel mehr Spaß, weil wir natürlich dann Leute hast, die auch Rückendeckung geben. Und das ist übrigens nur ein Teil von der Kommando-Base. Ähm. Ja, ja. Rückzug schön und gut. Rückzug am Arsch, Alter. Wir müssen noch zwei Minuten warten bis zum Rückzug. Wir können nichts mehr zerstören. Wir sind abgeschlossen. Kriegen, Belohnung zu erheben. Ah. Alabam. Kampfpunkte 72. Stahl 66. TNT haben wir sogar neun. Äh, elektronische, ähm, Schaltkreis haben wir drei. Eisen haben wir 126. Blei haben wir sechs Stück. Das ist ja wie Minecraft, hier live in der Woods so ein bisschen irgendwo auf Farming-Tour gehen. Und, ja, cool. Ähm, Flaschen, ähm, sauberes Wasser, drei. Dann haben wir Kuban. Was auch immer Kuban. Achso, Kuban waren ja die, äh, die, 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 die Level-Up-Ding. Davon haben wir 16.440. Ähm. Ähm, Keramik haben wir 6. Holz haben wir 57. Dann haben wir Leder 21. Und Nylon. Ach, Nylon. Ich wusste gerade, Nylon, was ist Nylon? Nylon. Nylon haben wir 108. Dann haben wir Öl 9. Und, ja, eigentlich brauche ich es gar nicht vorlesen, weil ihr das eh alles sehen könnt, was hier steht. Ähm, hier oben haben wir komischerweise nochmal Holz. Warum haben wir zweimal Holz? Wo war das andere Holz? Hier haben wir nochmal Holz. Komisch, oder? Holz und Eis. Und eine vergangene Zeit. Ähm, genau. Am 22. Februar kommt das Spiel. Fortsetzen. Achso, weil ich jetzt nichts gemacht habe. Dieses Piepen auf dem Ohr ist übrigens normal. Ich habe das tatsächlich auch gerade. Ähm, Sprenger. Gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt Material gesammelt. Oh mein Gott. Ohne Ablaufsdatum. Wir haben Waffen bekommen. Wo war das? Oh mein Gott, wir haben Waffen bekommen. Okay, jetzt geht's ab. Alles klar. Kann man nicht eigentlich alles? Ach, alles erhalten. Also es ist genauso aufgebaut wie bei Metal Gear Solid 5. Neues Rezept erlernt. Neues Rezept erlernt. Neues Rezept erlernt. Jupp, jupp, alles klar. Läuft, läuft. So, ähm, Gegenstände ausrüsten. Wir haben... Geil, wir haben eine Schrotflinte. Aber, wir hatten doch eine M4 bekommen. Oh, yeah. Haben wir denn da was Neues? Ne. 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 Okay. Hm, okay. Okay, geil. Und wir haben noch eine... Okay. Ich glaube, wir können den Kampf beginnen. Nein, heilen wollen wir uns nicht. Wir sind nämlich voll gehalten. Ähm... Anpassung. Was können wir dann noch anpassen? Können wir dann unseren... Wir können unseren Speer tatsächlich verbessern. Ausrüsten. Cool. Dann können wir verbessern... Ne, da fehlen uns Schrauben. Munition könnte man tatsächlich... Ähm... Das ist, glaube ich, unsere Handvoll-Waffe, die wir haben, oder? Haben wir eine... 45er, oder? Ich glaube, das war die 45er. Ja, haben wir ja auch im Inventar. Ja, geil. Wir haben ein bisschen Munition hergestellt. Ah, okay. Sehr nice. Können wir dann in der Küche auch was Neues erlernen? Haben wir dann irgendwelche Küchenrohstoffe bekommen? Nein, dafür hätten... Oh, doch. Hier. Okay, cool. Können wir dann da irgendwas herstellen? Wir können auch tatsächlich Dinge herstellen. Ah, nee, verbessern. Alles klar, wir haben unser Barrett verbessert. Wahrscheinlich haben wir ein kugelsicheres Barrett jetzt. Ich habe nicht auf die Haltbarkeit geachtet. Ah, nee, wahrscheinlich war ich jetzt voran... Ja, okay. Weil es wahrscheinlich beschädigt war. So, jetzt möchte ich aber noch Dinge ins Spiel. Oh, was haben wir hier? Ja. Fähigkeiten können wir wieder ausbauen. Wir haben Punkte erhalten. Und können Level abwerben. Wir haben Punkte erhalten. Und können Level abwerben. Wir haben keine Punkte mehr. Und können nicht Level abwerben. Cool. Wir sind schon auf Level 12. So. Bergung. Schnelles Spiel. Einfach. Dauerhafte Mission. Einfach, einfach. Okay, doppelt hält besser. So, und jetzt spielen wir natürlich mit anderen... Also, das heißt, man kann auch offline das Spiel spielen. Das wird bloß schwer, wenn du keine Ausrüstung hast und ewig da aushalten. Aber wir werden jetzt mal gucken. Vielleicht finden wir tatsächlich noch drei weitere Mitspieler. Okay. Für das die Server heute noch laufen, ist ein bisschen wenig los, denke ich mal. Also, gestern war ein bisschen mehr los. Ja, also, ja. Ja, ja. Können die Ladezeit ja ein bisschen überbrücken. Ja. 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 Oh, wow. Ich glaube es kaum. Was ist hier passiert? Ich habe so das Gefühl, dass die Missionen weitergehen. Oh mein Gott. Hallo Leute. Wie geht es euch? Das ist schön. Komm, wir starten die Mission. Ah. Alles klar. Was ist da euch los? Ah, ihr habt schon Schmerzen. Komm, ich spiel mit. Okay, alles klar. Wir haben hier nur... Hallo. Hallo. Was hast du eigentlich einen gelben Namen? Hallo. Oh, wo ist auch ein Elf hier? Alter, wie auf Leute schief. Was ist denn hier los? Aua. Komm, wollen wir beginnen? Komm, wir beginnen. Jawohl, ja. Okay, das ist natürlich der Nachteil, weil wir können natürlich auch dementsprechend auch auf irgendwelche Typen treffen, wo Vollpfosten sind. Ich hoffe, dass das jetzt nicht auch so ist. Schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Glück. Hallo, Team. Alter, wie er looted. Direkt, meins, ja? Alles meins. Alles meins. Alles meins. 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 Wir müssen auf Rennen übrigens aufpassen, weil Rennen haut unsere Ausdauer ein bisschen runter. Oh, was haben wir hier? Kräuter. Geil. Kräuter. So, was haben wir hier noch? Holz. Ja, mir fällt mal Bäume. Alles klar. Die Punkte da hinten gehören hier. Oh, der legt schon los. Jetzt wird's der Baum. Dann, kommen wir mal zu euch. Liebe Leute. Ah, es wird ja auch angezeigt, wo wir hin müssen. Eieiei. Da lag ja einer. So. Nein, ich wollte jetzt bleiben. Das geht's. Verwenden. So. Nehmen wir mal das Zeug hier noch mit. Welle 1 beginnt. So, wir kriegen jetzt Besuch. Ah, geht die Luzi. Oh nein. Oh. 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 Oh, fuck, dude. So läuft. Was jetzt? Alter, wollte ich nicht dran. Überraschen oder was ist hier los? Mach mal den Gummi noch mit hier. Verhütung ist alles. Das Geile ist, wir haben keine Monie mehr. Also, gleich, bald, demnächst, nachher. Da bleibt bloß noch unsere Handfeuerung. Was ist mit dir? Gute Stunde. Geil, da liegt man vor. Da liegt man Gummimmi, ey. Geil, geil. Ich hab da ne Kugel für einen. Du. Eiei. Welle 1. Wir haben hier den Verletzten. Komm her, mein Freund. So, erst mal wieder looten. Alles mitnehmen, was wir finden. Ah, wir können, ah. Der Herr Kollege hat hier einen Schutzwall aufgebaut. Wir nehmen noch mal die Dinger hier mit. Da ist mir noch was übrig. Will mitspielen. Wir haben alles gelootet, ihr Schweine. Ihr habt mir nichts übrig gelassen. Wo, wo, ist die Munition? Guck mal, wir haben hier eine Munition. Das ist nice. Munition für meine M4? Guck mal, geil. Was haben wir hier eigentlich noch? Oh. 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 Wir sammeln von Klee alles ein. Hallo, Entschuldigung. Ja, lass mich mal durch hier. Was ist hier? Ich muss abgucken, was das ist. Aha. Ah, wir brauchen noch mehr Stahl. Leute, habt ihr Stahl? So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie man hier einen Zaun aufbauen kann. Ja, mal raus hier. Entschuldigung. Aha. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Auf den Kopf. Äh, von wegen noch den Kopf. Auf die Füße. Ui. Oh. Oh, bin runtergefallen. Ist jetzt nicht so nice. Was ist denn da los mit meinen Kollegen, ey? Äh, mir geht die Muni aus. Oh, 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 la mag. Oh, 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 oh. So, nicht mit mir, mein Freund. Ja, komm, noch mehr. Ich weiß, ein Draufschlag ist immer das Beste. Vorsicht, das ist nochmal ein Großer. Bleib liegen. Entschuldigung. Au. Puh. Leute, echt. Scheiße. Okay. Okay. So, wir können hier nochmal... Ich muss Waffen basteln. Muni muss nicht basteln, das hier sein. Herstellen Munition für... Boah, ich hätte noch eine Schrotlinie gehabt. Ich blöde Kuh. Wir haben keinen Schießpulver. Cool. Gut, dann können wir auch keine Muni bauen. Aber wir können noch ein paar Holzbarrieren bauen. Das ist vielleicht... Der Rest der hier legt Zeug rum. Kupfer und Kupfer und... Ton. Wir looten halt einfach mal alles. So, wir werden... Ja, wir haben erhalten... Genau, herstellen... Barrieren. Holzzäune. Die haben eine höhere Haltbarkeit. Aber die haben irgendwie nichts gebracht, habe ich festgestellt. So. Die nehmen wir natürlich mit. So. So, wir werden wahrscheinlich Feinde diesmal von hier bekommen. So wie es jetzt aussieht. Ey, was denn denn hier? So, machen wir hier mal dicht. Dann machen wir mal... Hier dicht. Und wir machen mal... Hier dicht. Zwei Hammer noch. Und wir machen mal... Na? Das geht nicht. Das geht auch nicht. So, machen wir mal hier dicht. Und wir machen... Hier dicht. So. Äh, sind wir jetzt eigentlich bloß noch zu zweit, oder? Äh, lol. Wo hast du denn einen Roboter? Hä? Ich will auch so einen. Das Gute ist, dass ich keine Muni mehr habe. Also wenn du nicht mit deinem Roboter jetzt... Ne, da sind die anderen. Was macht denn der da hin? Okay. Okay. Ach du Scheiße. Scheiße. Ach du Scheiße. Hä? Kollege! Mach was! Ja komm! Ja, sehr schön. Der schießt auf die Füße. Das Problem ist, dass er noch mehr kann. Noch viel. Ja, ja. Ach, da ist es ja wie eine Horde, ey. Schieß drauf, mach was. Du bist dran. Sehr nice. Das tut man nicht so, oder? Das bin ich so gut. Jawoll. Ähm, alles klar, hier reißt mein Zahn kaputt. Ey, den hab ich mühevoll aufgebaut. Ist das euer fucking Ernst, ja? Euer fucking Ernst! Ach, du Scheiße. Mach mir mein Zahn kaputt, bitte? Ach du Scheiße. Ich mach mir mal kurz nochmal einen Zaun, ja? Lass dich nicht stören. Nein, nicht im Flager. Ja. Ausrüsten. Okay, mit dem Roboter ist cool. Kollege. Guck mal, was hier kommt. Wo sind denn eigentlich die Kontakte? Aua. Äh, Mülleimer? Achso, ich kann den Zaun fahrern nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, mein Zaun. Ey, mein Zaun. Ja. Ach weine die auch nicht mehr. Wir können die kaputt runter. Kay, ach bles character ein institut bestür. Aber wir können echt nichten schicken. được daten. Wir können這些 nicht einfach nur noch nicht mauvais. After geht's mal. Oh, kocht er saufen. Station abgeschlossen. Yes. Kasselt deutsch. Kasselt deutsch. Kasselt deutsch. Die Frage ist, ob die Kisten eigentlich für uns alle waren, oder? Oder jeder seine eigene bekommt. Keine Ahnung. Cool, ich habe einen Stachel gerade bekommen. Geile Sache. Nice, aber gefällt mir, muss ich sagen. Vor allem im Team ist es also... Genau. Und wir haben wieder Punkte bekommen, das ist auch nicht schlecht. Ah ja, der andere ist raus. Nice. Dann haben wir also tatsächlich Punkte bekommen. Und wir haben, zu dritt haben wir es recht gut gemeistert. Der Typ mit seiner, mit seinem MG-Geschütz war natürlich sehr hilfreich. Gute Arbeit, Männer. Hier werden wir uns leider nicht mehr sehen. Aber, wir werden mit Sicherheit irgendwann mal wieder zusammen irgendwo kämpfen. Gegen diese Kreaturen. Hier und jetzt. Und für die... Okay, alles klar, gut, okay. Ich wollte jetzt so eine epische Ansprache halten, aber Metal Gear hat mir das gerade versaut. Hopp. Wow. Okay. War sehr nice. Ähm, nee, wir machen den schnell Dinger verlassen. Jawohl, ja. Ah, cool. So, wir haben wieder einiges an Materialien bekommen. Wir haben sogar eine Luftkanone und ein... Eine Ballonfalle. Ballon, Ballonfalle. Haben wir eine Ballonfalle bekommen? Süß... Eine Ballonfalle. Ähm. Achso, genau. Wir sind jetzt Level 13. Wir können immer noch upgraden auf Level 14. Und wir haben... Keine Punkte mehr. Halt, was war das noch? Ah, wir haben Fäh... Oh, geil. Wir haben Fähigkeiten bekommen, die ich gar nicht gesehen habe. Ist natürlich jetzt doof, wenn wir hier alles ausrüsten, weil bringen tut es nachher eh noch nicht. Ah, ich kann nicht mehr. So. Was haben wir denn hier noch Schönes drin jetzt? Ah, die ganzen Vorratsdinger. Ohne Ablaufdatum. Das heißt, das Zeug kann auch Ablaufdatum haben. So, und jetzt mal ausrüsten. Minen. Oh, cool. Wir haben die Dinge. Und wir hätten tatsächlich Fallen, Feuerfallen, Eisfallen, Elektrofallen, Ölfallen und wir können tatsächlich alle bauen. Ja. Sehr nice. Davon werden wir mit Sicherheit dann in der Vollversion mehr erleben. Dort mit Sicherheit sehr gerne. Sauerstofffläche. Ah, die haben wir immer noch. Ja. Würde ich mal sagen, mal so als kleine Einleitung. Ist natürlich schon wieder recht viel geworden. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Aufnahme machen. Dass das natürlich schon wieder so viel geworden ist, kann ja wieder keiner damit rechnen. Na gut, dann würde ich mich mal verabschieden und wir werden uns dann in der Vollversion wiedersehen. Bis dahin. Ich bin Ricati. Und ja, macht's gut.